Hallo Nation, wir haben neue Updates zu Sanchos Rückkehr, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, fest steht, dass Jadon Sancho nicht zu Borussia Dortmund zurückkehren wird. Einem aktuellen Bericht zufolge befassten sich die Auri Negros jedoch. Tatsächlich mit der Rückkehr des Spielers, bei Manchester United ist Jadon Sancho nach einem Streit mit Trainer Erik Ten Hag völlig von der Bildfläche verschwunden. Gerüchte über eine mögliche Rückkehr nach Dortmund hielten sich seitdem hartnäckig, wurden aber immer wieder ins Sagenreich verbannt. Der 23-Jährige ist beim BVB kein Thema. Anscheinend ist das nur die halbe Wahrheit, wie die Sportbild berichtet, stehen die Trainer des Vizemeisters inzwischen vor einer Aufholjagd. Dafür nennt das Magazin zwei Gründe. Einerseits heißt es, dass es beim BVB grundsätzliche Zweifel an Sanchos Personal gebe. Auch während seiner Zeit in Dortmund beging der Edeltrainer immer wieder Disziplinlosigkeiten und war für seinen nicht immer professionellen Lebensstil bekannt. Dem Bericht zufolge ist den Regisseuren die Tatsache ein Dorn im Auge, dass Sancho sehr wenig schläft, da er bis zum Morgengrauen an der Konsole oder am Computer spielt. Über Vermittler erfuhr der BVB, dass die Engländer für ihre bisherige Ablösesumme von 85 Millionen eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro in Aussicht stellten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist das BVB-Personal ausgemustert. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.